so hallo und herzlich willkommen heute mal wieder ein back to the roots let's play und zwar habe ich mir gerade mal wieder gesehen okay beziehungsweise ich habe gesehen und das sehen gibt ja direkt ein minecraft ich dann kurz gestartet und habe gleich das und die alten muster eingefallen ist einfach mal wieder das zu spielen auch gar keine mods oder irgendwas klassisch nichts nichts krankes sieht es wie geht das noch mal über dieses inventar es ist so ungewohnt muss erst mal wieder rein finden jetzt habe ich ein paar sie gekriegt genau schweinchen suchen uns erst mal schönes örtchen wo wir uns niederlassen können ich habe jetzt hier so ein standard texture pack genommen das heißt plastik glaube ich weiß jetzt nicht ob das so cool ist gucken uns das mal an könnt ihr mal gerne in die kommentare schreiben welches texture pack ihr am coolsten findet natürlich auch gerne tipps geben wie gesagt haben wir schon eine weile her dass ich minecraft gespielt habe aber es war tatsächlich mein erstes let's play was ich gemacht habe damals also mein allererstes video was ich aufgenommen habe und online gestellt habe war minecraft von dem her bringt schöne erinnerungen mit sich ich sammle gerade einfach ein bisschen holz mit mir dann schon mal was direkt haben dann werden wir uns mal umgucken wo wir uns niederlassen jetzt bin ich auf die linke monster sind wir gekommen auf die rechte meine ich bauen wir uns gucken wo wir uns niederlassen können so sieht schon ein bisschen komisch aus so an sich sieht es hier schon relativ gut aus wir haben ja viel holz am wasser direkt so ein haus am meer oder am see oder was es ist drüben hat es berge lassen zwar aber was das ist stadt seit wann gibt es denn hier städte das ist ein kürbis oder da sieht es raus dann glaube ich dann haben wir schon mal nahrung zum anbauen also ist das stadt seit wann gibt es eine stadt in minecraft standardmäßig und ein pferd what the fuck kann ich da drauf das ist das ist stadt oder was ist das denn eine katze holy shit es ist wirklich glaube ich schon richtig lang her dass ich kommt es kommt mein kopf das letzte mal gespielt habe hier ist ja alles fertig haust hier auch da häuser da braunes schaf sind ja auch leben wir auch menschen oder was ist das hey moment mal ist das ein bewohner hallo was geht ab hey was was ist wieder wieder stress ist das hier der boss oder was das ist der endgegner komm stirb doch ich bin super tot ok ich hab ihn tot gekriegt easy peasy so jetzt bin ich hier der babbo oder was hab ich jetzt die bude hier eingenommen oder was da ist nochmal einer nehmt es mit euch allen auf schön die erfahrungspunkte snacken noch jemand der ein problem hat hier der sprudelt schon so ah der schlägt zurück ok war es das jetzt da ist nochmal einer der kugel auch schon wieder so grimmig ah dann will der auch noch eins auf guck mal ich kann oh stimmt ich kann in die sonne dann verbrennt der kriegt der schaden dann spare ich mir was schlagen so war es das jetzt hier mit eigener höhle krass hey was ist das alter ich muss mich verarschen ich dachte das wäre jetzt ein kleines kind und dann gibt es mir trotzdem eine mit was ist das was ist das das ähm verwirrt mich ein bisschen hier ok sind alle weg oder was so hallo und herzlich willkommen zur minecraft let's play folge 377 unsere stadt steht alles ist schön läuft gut wir machen fortschritte wir haben hier komisches gemüse getreide komisches wahrscheinlich pferd läuft alles total gut wir haben mit viel mühe und dekorativer meiste leistung unsere stadt hier aufgebaut und ja was das ist eine kreissäge echt jetzt herstellbar kann ich das jetzt irgendwie an ich musste erst mal wieder ein tutorial anschauen wie das game überhaupt geht schreibt mir auf jeden fall in die kommentare ob ihr so überhaupt so classic minecraft spielt oder was das hier soll warum hier ein dorf ist verstehe ich nicht und kann natürlich auch gerne in die kommentare schreiben ob ihr überhaupt das sehen möchtet oder sagt okay so ohne mods und alles ist eh mega langweilig aber an sich würde ich hätte schon mal bock drauf wieder so ganz back to the roots mäßig einfach mal ein bisschen was aufbauen und ja einfach minecraft halt das was minecraft ausmacht dann können wir auch gucken wie weit wir vorankommen holy crap was geht ab ist das schildkröte kann ich dem zum panzer nehmen was habe ich jetzt von dem seegras verrottet das fleisch katze stammt ja dann würde ich sagen ja gibt ja einen daumen hoch schreibt den kommentare was in die kommentare schreiben wollte dann bin ich gespannt ob ihr darauf bock habt oder nicht und dann sage ich vielen dank für die einschaltung bis zum nächsten mal tschau